Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Moratomi, heute am 16.01.2020, wieder mal von Feuchheim aus. Gestern sprach ich noch darüber, dass ich wohl bald die 2000-Abonnenten-Grenze, also mein YouTube-Kanal, die 2000-Abonnenten-Grenze in den nächsten Tagen knacken könnte. Zu meiner totalen Überraschung wurde das schon letzte Nacht die 2000-Abonnenten-Grenze überschritten und daher möchte ich mich bei euch allen herzlich bedanken. Hier habe ich ein extra schönes Bild dazu gezeichnet, ein schönes Plakat dazu gemacht. Ich hoffe, man sieht es schön, dass hier so das Licht passt. Also super, total, danke, danke, danke und nochmals danke. Ja, und da habe ich mir gedacht, was machen wir denn da? Da müsste man ja fast mit Sekt anstoßen, aber leider, ich vertrage einmal keinen Sekt und so früh am Tag ist auch Sekt eigentlich noch gar nicht abgebracht. Also möchte ich jetzt da mit etwas Nicht-Alkoholischen mit euch anstoßen. Damit das Mineralwasser nicht ganz so fadig schmeckt, nehme ich noch etwas Holundersirup dazu. Das gibt dann vielleicht auch eine ein bisschen schönere Farbe, schmeckt dann ein bisschen etwas besser. Na ja, dann schauen wir mal, ob ich das jetzt ohne Unglück schaffe, da den schönen Glückwunsch-Trump zusammenzustellen. Ja, das schäumt auch richtig schön, hoffentlich nicht gleich über. Das sieht wunderschön aus, das ist doch schöner als der schönste Sekt oder Champagner. Ich stoße auf euer Wohl an und auf die nächsten 2000 Abonnenten, die noch zusätzlich dazukommen werden. Also Prost! Ah, schmeckt richtig gut, diese Mischung aus Holundersirup und Mineralwasser. Zu den 2000 Abonnenten ist noch zu sagen. Für die ersten 1000 Abonnenten habe ich neun Jahre gebraucht, für die zweiten 1000 gerade mal neun Monate. Wenn die dritten 1000 natürlich in neun Wochen dann kommen, dann wäre es natürlich noch besser. Damit wir das schaffen, möchte ich euch bitten, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ganz schnell den Abonnieren-Button anzuklicken und am besten auch noch die Klingel-Klingel-Link. Und dann bekommt ihr nämlich alle meine neuen Filme mit. Also ich bin total happy, total begeistert, auch über die vielen netten Kommentare, die ich immer kriege. Auch gerne nehme ich mal kritischere Kommentare entgegen und natürlich auch für jedes Like-it. Und was, ja, dann habe ich überlegt, über was könnte man denn den heutigen Film zum 2000. Abonnenten machen. Da dachte ich mir, da steht ja jetzt sowieso das Thema Prämierung der aller interessantesten Kommentare wieder an. Daher möchte ich jetzt die interessantesten Kommentare der letzten paar Wochen mit euch durchgehen. Ja, kürzlich, also gestern hatten wir ja den Film Briefe wertvoll Teil 5 online gestellt, wo es, dass wir ja da gemeinsam nochmal auf Schatzsuche gegangen. Ich war ja dann richtig, auch schon gestern richtig happy, dass wir die 1500 Euro Grenzen in den 5 Teilen überschreiten konnten. Natürlich, wenn ich jetzt die verkaufen will, das ist dann wieder nochmal ein ganz anderes Thema. Aber man sah, das war eigentlich ganz interessant. Und da sind jetzt noch keine Kommentare dazu gekommen, die ich heute besprechen möchte. Aber zum Teil 4 zum Thema Briefe wertvoll in der Briefekiste. Da schreibt mir zum Beispiel Onsi Müller, das war, ja, das hat er mir gestern Abend anscheinend noch geschrieben. Hallo, könntest du ein Video machen, wie man ein Wasserzeichen erkennt? Danke. Ja, dann muss ich mal schauen. Das wäre vielleicht gar nicht so uninteressantes Thema, wie wir das dann machen können. Wasserzeichen zu erkennen ist teilweise relativ einfach bei manchen Briefwagen. Und bei anderen sind sie sehr schwer zu erkennen. Also da kommt man kaum ohne Hilfsmittel aus, um das Wasserzeichen korrekt zu erkennen. Bei Briefen ist das Thema natürlich noch schwieriger. Da wird es dann ganz schwierig. Entweder man löst dann die Marke ab, das ist ja dann auch keine gute Idee. Manche machen es und kleben es dann wieder an der gleichen Stelle auf. Oder man hält so ein bisschen fluggigeres Licht. Und ja, es gibt so allerlei Tricks. Oder durch die warme Handfläche kann man manchmal ein Wasserzeichen erkennen. Also bei Briefen ist es ganz schwer, oft das richtige Wasserzeichen zu erkennen. Das zum Thema Wasserzeichen. Aber ich schaue mal, ob wir da einen Film vielleicht machen können. Dann hat mir der Uwe, einer meiner treuesten Kommentarschreiber, die ja immer die Kommentare immer recht frontiert sind. Ich muss die Brille ja so ein bisschen jetzt nach unten nehmen. Die Brille habe ich immer auf, weil ich kurzsichtig bin. Ich bin aber mittlerweile mit der Brille hier auch weitsichtig geworden. Also ohne Brille kann ich immer auf der Nähe alles ziemlich perfekt lesen. Da ist mir auch gestern, glaube ich, bei dem Film noch ein Lappschuss passiert. Musste ich nochmal überprüfen. Da habe ich einen Brief mit einer belgischen Briefmarke als jugoslawische Briefmarke bezeichnet. Weil da war so ein junger König drauf. Aber das waren eigentlich dann die belgischen Königskinder. Das hatte ich dann so verwechselt auf die Schnelle. Aber das ging ja alles sehr schnell durch. Und da kann natürlich auch mal sowas passieren. Aber jetzt zu dem, was Uwe schreibt. Hallo Thomas, tolles Briefe los, dass du geschossen hast. Ich hoffe, du hast nicht zu viel dafür bezahlt. Zu viel war es sicher nicht, aber es war auch kein totales Schnäppchen, muss ich dazu sagen. Kleine Korrekturen rannte. Der Zensor bei 2002 war Amerikaner. Ja, da hatte ich den Zensor als britischen Zensor bezeichnet, weil der Brief aus Großbritannien kam. Aber der wurde von Großbritannien, soweit ich jetzt noch weiß, müsste ich nochmal nachschauen, nach Deutschland geschickt während der Alliiertenbesatzungszeit. Und zwar da dann in die amerikanische Besatzungszone und wurde dann dort vor Ort zensiert. Dann schreibt er noch, Briefe dieser Art finden sich auch heute noch relativ häufig. Ist klar, weil da ja eigentlich fast jeder Brief aus dem Ausland zensiert wurde, während der Alliiertenbesatzungszeit. Gleiches galt natürlich auch im Zweiten Weltkrieg. Das schreibt er nämlich auch. Und zwar auch solche aus Deutschland mit OKW-Zensur. Das war eigentlich auch prinzipiell so üblich, wenn da ein Brief während des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland geschickt wurde. Und zwar aus dem Ausland, dann wurde der in der Regel auch zensiert. Daher sind es jetzt zwar nicht so große Seltenheiten, sie sind aber trotzdem, werden sie gern gesammelt und sind dadurch interessanter als Briefe, die keine Zensur tragen. Und es sind sowieso meistens interessantere Briefe, da sie ja auch aus dem Ausland kommen und entsprechend höher frankiert werden mussten und dann auch entsprechend seltener sind. Ja, dann hatte ich ja einen Film wegen meiner Laufkarriere zum Thema Laufmedaillen gemacht, zum Thema Finishermedaillen. Da gab es auch ein paar Resonanzen. Einer empfand leider den Film als etwas langweilig. Ist schade, wenn ich den Film vielleicht etwas zu langweilig gestaltet habe. Aber sicher kann man es auch nicht jedem recht machen. Ich mache alles sehr spontan, muss ich sagen. und ich blabber dann manchmal auch vielleicht ein bisschen zu viel und dann kann es vielleicht auch mal ein bisschen langweilig werden. Aber es kamen auch sehr positive Kommentare. Da schrieb einer zum Beispiel, laufen tue ich nicht, doch dafür habe ich bei Schützenfesten eine kleine Ansammlung von Auszeichnungen, bei uns Kranzabzeigen genannt, errungen. Bisweilen sind diese Abzeigen schön gearbeitet und je nach Anlass und Jahrgang auch bei Liebhabern und Sammlern von der Leitigen gern gesehen und gesucht. Das stimmt, da gibt es wirklich sehr schöne Abzeigen auch. Also es ist nicht nur so beim Thema Laufmedaillen, beim Thema Laufen auch bei vielen anderen Sportarten sieht man interessante Medaillen. Wer natürlich mal das Glück hat, eine Siegermedaille von den Olympischen Spielen zu bekommen oder zu besitzen, die ist natürlich dann einiges wert, die ist nämlich dann in der Regel ein paar tausend Euros wert. Ja, dann ist zu sagen, dass manche Schützenabzeigen, da gibt es ja auch Schützenmedaillen, da kann man noch ein bisschen auf das Thema zu sprechen. In der Schweiz wurden da zum Beispiel schöne Schützenmedaillen im 19. Jahrhundert herausgegeben mit einer normale Nominale von 5 Schweizer Franken. Ich glaube, ich habe da mal eins dieser Medaillen vorgestellt hier. Und die sind auch wunderschön anzusehen und konnten sogar als Zahlungsmittel verwendet werden. Das bestätigt dann auch, es war übrigens der Füllleser, ja richtig, die Schützendaler kommen noch hinzu. Neuere haben ebenfalls einen Nominalwert und man kann sie theoretisch am jeweiligen Schützenfest einlösen. Doch das macht natürlich keiner, denn die werden gesammelt. Die sind zum Ausgeben zu schade. Ich trinke nochmal auf euer Wohl, weil ich kriege schon ein bisschen trockenen Mund jetzt von dem Film. Geplapper. Dann sitzen wir mal fort. Dann ein sehr gut laufender Film ist das Thema Briefmagen geerbt. Ja, weil der hatte auch einen ziemlichen Nutzwert für viele Sammler, Nutzwert für viele Erben und so weiter, die eine Briefmagensammlung zum Beispiel geerbt haben und ja, damit erst einmal überfordert sind und der Sinn und Zweck des Filmes war ja, da eine erste Hilfe zur Selbsthilfe zu liefern. Dazu schrieb Dope Erasmüller, ich würde meine schöne Sammlung nie hergeben, die ich als Kind gesammelt habe, aber ich habe mich auch damit abgefunden, dass ich da nichts mehr für bekommen würde. Der Briefmagenmarkt ist einfach tot. Wer sammelt noch was? Das Thema hatten wir ja auch schon mehrmals. Das stimmt, viele Kindersammlungen sind einfach wenig wert. Es wurde in den 60er, 70er und 80er Jahren wurde oft sehr viel Geld für Briefmarken ausgegeben. Ich hatte da früher als Jugendlicher auch ein Apo bei der Post bezog auf die Erstagsblätter, deren Wert, deren Schürwert momentan fast höher als der Sammlerwert ist. Sehr ärgerlich, weil man dafür damals viel Geld zahlen musste. Das enttäuscht viele und das macht auch für viele dann das Briefmarkensammeln irgendwie unattraktiv. Ist aber eigentlich schade, denn wenn man sich so andere Hobbys anschaut, da kriegt man ja gar nichts monetär zurück. Da zahlt man eigentlich nur und man erfreut sich einfach an dem Hobby. So sollte es in erster Linie eigentlich beim Sammeln auch sein. Aber was er jetzt hier schreibt, das stimmt ja nur zum Teil, denn es gibt durchaus auch Briefmarken. Wir hatten das Thema ja schon öfters. Vielleicht mache ich mal auch einen extra Film zu dem Thema, die gegenüber früher sehr stark im Wert gestiegen sind. Ich will es nur mal vielleicht mit zwei Sätzen sagen. Ich wünschte mir eine Zeitmaschine. Ich würde hier jetzt in der Gegenwart sämtliche älteren Bundesrepublikmarken, speziell die besseren von dem 50er Jahr, alle einpacken in die Vergangenheit, mich in die Vergangenheit zurückbiegen, 20, 30 Jahre, die dort verkaufen. Und für das Geld, das ich da in der Vergangenheit bekomme, würde ich dann zum Beispiel Briefmarken der Volksrepublik China aus der Zeit von 1985 einkaufen und mich dann zurück in die Gegenwart beamen und dann würde ich wirklich ganz tolle Geschäfte machen. Das zu diesem Thema. Dann hatte ich auch noch einen Film über Münzen gemacht. Da schreibt MyFishingChannel Hallo Thomas, der Silberpreis steigt aktuell. Ein paar Unzen im Keller beruhigen das Gewissen. Das vielleicht auch noch als vielleicht auch ein interessantes Thema für einen neuen Film. Münzen aus Edelmetall oder Sammelobjekte zur Krisenvorsorge eventuell anzulegen. Das wäre vielleicht ein ganz interessantes Thema, denn die EZB, die druckt ja momentan fleißig Banknoten. Immer mehr, immer mehr kommt auf den Markt. Das Komische ist eigentlich, dass dadurch keine Inflation, also keine wesentliche Inflation entsteht. Aber ich befürchte, da kommt demnächst mal wieder ein richtig großer Knall. Manche verdienen ja jetzt da schon halben Geld mit Seminaren. Der große Knall, der Superknall kommt. Ob es der Superknall wird, das mag jetzt mal dahingestellt sein. Aber es ist sicher ein interessantes Thema. Und das sollte man vielleicht ein bisschen rationaler, als dann bei solchen Vorträgen, wo man dann noch viel Geld dafür zahlen muss. Bei mir kriegt man die Tipps kostenlos. Vielleicht mag das Ganze mal in Ruhe durchgehen. Das wäre auch so eine Idee, die mir so im Hinterkopf schwebt für einen der nächsten Filme. Dann hatte ich das Thema Geldscheine wertvoll Teil 1. Da hatte ich ja allerlei Geldscheine vorgestellt. Das passt ja auch jetzt ein bisschen zu dem Thema rein. Man sieht diese Inflationsbanknoten. 20 Milliarden, 100 Millionen Mark und sonst was. Die sind ja alle eigentlich fast, die sind vom Geldwert her Nullwert, waren damals schon so praktisch fast Nullwert. Und heute ist halt der Sammlerwert oft auch nicht allzu hoch. Immerhin kann man vielleicht, wenn jemand da jetzt noch leben würde und da fleißig Geldscheine dann eingesammelt hätte, da ein wenig auf Seltenheit und Erhaltung geachtet hätte, der könnte dann vielleicht heute dann doch noch ein paar Euros damit erzielen. Aber das Ganze ist natürlich schon fast 100 Jahre her. Und ja, die sind natürlich auch schon alle gestorben. Ja, was schreibt der Fabian zu dem Geldscheinfilm? Hallo Thomas, wieder ein toller Film geworden. Ich finde, die schönsten deutschen Scheine sind die aus der Kolonialzeit. Das stimmt, da gibt es schöne, da gibt es wunderschöne Scheine. Aber die sind natürlich in der Regel auch entsprechend teuer. Aber relativ preiswert kriegt man noch manche Notgeldscheine aus Deutsch-Ost-Afrika aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Das ist ein ganz interessantes Sammelgebiet eigentlich. Ich habe hier leider, ich habe glaube ich keine Scheine, die ich da jetzt einmal vorstellen könnte für einen Film. Kann ich jetzt leider keinen Film machen, aber mal so kurz erwähnen. Die sind total interessant. Ja, und er schreibt noch, liebe Grüße aus Sham Elshake, von hier aus sehe ich gerade dein Video. Also meine Videos werden sogar im Urlaub in Ägypten angeguckt und das finde ich natürlich super. Und daher musste ich jetzt diesen Kommentar natürlich auch noch mit erwähnen. Uwe schrieb da auch noch was dazu, informatives Video. Kleine Ergänzung zur Kaufkraft der Banknote bei 2,30. Es ging um die 100 Mark von 1910. Das war das durchschnittliche Einkommen eines Industriearbeitses im Deutschen Reich. Ich denke mal, das war wahrscheinlich das Monatseinkommen. Wenn überhaupt zu der Zeit, das war vielleicht sogar noch etwas geringer. Derartige Noten hat der Durchschnittsarbeiter natürlich nicht in der Lohntüte gehabt, sondern kleinere Stücke gelungen. Ja, da wenn einer mal so einen 100 Markschein sah zur Kaiserzeit, der sagte dann noch, boah, das ist toll. Das ist noch was ganz anderes als heute die 500 Euro Scheine, die sie eigentlich abschaffen. Und es ist ja dazu noch zu sagen, dass es auch die 1000 Mark Scheine damals gab von 1910 und auch früher. Das war ja dann noch mehr Geld. Und da hatte eigentlich keiner nachgedacht, mal das Bargeld abzuschaffen oder solche großen Scheine abzuschaffen, wie jetzt die EZB, die ja den 500 Euro Schein abgeschafft hat. Das heißt, den gibt es noch, aber er wird halt nicht mehr gedrückt. Ja, und er schreibt noch dazu, der 100er von 1910 wurde bis in die frühe Inflationszeit nachgedruckt. Und deswegen ist er eigentlich auch noch so häufig vorhanden. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Und übrigens auch der 1000 Mark Schein, der müsste ja eigentlich sonst noch viel, viel seltener sein. Aber wenn man den selbst in passabler Haltung ist, liegt der Sammlerwert. Ich hatte es ja vorgestellt, vielleicht bei 2 bis 3 Euro. Oft kriegt man schon mit etwas Gebrauchsspuren. Auch in der 1 Euro Krabbelkiste, manchmal auch für 50 Senderstück. Dann schreibt noch Rares für Bares, also nicht Bares für Rares, sondern Rares für Bares, historische Wertpapiere. Er schreibt als Sammler von historischen Wertpapieren, übrigens auch ein sehr interessantes Sammler, einen Film habe ich ja schon mal darüber gemacht, habe ich mich bislang sehr wenig bis gar nicht mit Geldscheinen beschäftigt. Ist schade, aber er, aber mein Film, also er schreibt, meine Neugierde ist geweckt und ich habe deinen Kanal abonniert. Vielen Dank, Rares für Bares, ich sage schon wieder Bares für Rares, jetzt komme ich ganz durcheinander. Vielen Dank für die vielen wertvollen Informationen. Ja, das freut mich doch total. Ja, dann mache ich ja auch ab und zu Filme zu anderen Themen. Lauffilme, Wanderfilme, Tierfilme, Reisefilme. Jetzt momentan in der kalten Jahreszeit dominieren natürlich absolut die Sammlerfilme. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich jetzt den Kanal in zwei Kanäle aufteilen soll. Einer, der sich dann mehr mit Laufen, Wandern, Reisen und Tiere befasst und der andere mehr mit den Sammlerthemen. Aber ich glaube, es ist so auch. Es funktioniert auch so ganz gut und das wird dann alles zu kompliziert und wird alles mehr so zerstückelt. Dann komme ich, ich tanze sowieso schon auf sehr vielen Hochzeiten. Ihr wisst ja, bei Facebook bin ich auch noch sehr aktiv. Dann habe ich noch Sammler.com und alles Mögliche. Da irgendwo verzettel ich mich natürlich dann total und das möchte ich vermeiden. Ja, und da bekam ich zu dem Entenfilm, Thema November, Dezember 2019, Zwei nette Kommentare. Ich stelle da ja immer so, ich mache ja hier immer meine Entenrunden und sehe da so allerlei Vögel und ein anderes geht hier und das sammle ich dann so die Filmszenen und stelle da immer für zwei Monate einen Film zusammen. Und da schreibt der Fuchs Berlin, Oh schön, mal raus in die Natur. Vögel gehören auf Magen zu meinem Motivsammelgebiet. Aber auch in echt schaue ich mir diese sehr gerne an. Ich ja auch. Ich habe auch mal versucht, Vögel zu fotografieren, aber irgendwie war das zu viel Technik. Jetzt schaue ich nur noch durch das Fernglas zum Beobachten. Ja, bei den Wasservögeln haben wir den Vorteil, dass die eigentlich immer schön ruhig auf dem Wasser rumschwimmen. Dann kann man sie wunderschön filmen und fotografieren. Und hier werden sie auch nicht gejagt bei uns im Altwasser, sondern nur gefüttert. Dadurch sind die total zutraulich, überhaupt nicht mehr scheu. Und dann kann man die natürlich wunderschön fotografieren und filmen. Ich weiß es von den Zinkvögeln. Da ist es ganz schwer, die mal zu filmen und zu fotografieren, weil die flattern da überall immer rum. Und dann hat man sie einmal kurz fixiert und freut sich schon über das Foto. Und dann schießt man und dann fliegt das Vieh schon wieder weg. Und man hat eigentlich nur ein paar Blätter und ein paar Äste fotografiert. Das ist immer alles sehr frustrierend. Deswegen liebe ich da meine Wasservögel, meine zutraulichen Wasservögel. Ja, dann hatte ich ja im Rahmen des Entenfilms auch meine Quietschenten mit präsentiert. Ich habe da auch mal schon ein paar mit auf die Entenrunde mitgenommen. Habe das, glaube ich, auch mal irgendwann gefilmt. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich muss sie vielleicht mal wieder ausführen. Sie möchten mal wieder ihre Artgenossen kennenlernen. Und ja, Spaß beiseite. Viel Leser schreibt zu dem Thema, so ein Quietschentchen habe ich immer auf dem Armaturenbrett stehen. Und die echten Enten leben und vergnügen sich im Bach und dem gefüllten Dankraben bei mir in der Nähe und am See im Nachbardorf. Auch dir ein gutes Jahr 2020. Dankeschön. Wünsche ich dir und allen anderen auch noch. Super. Gefällt mir der Kommentar einfach. Daher musste ich ihn erwähnen. Ja, dann hatte ich einen Film zu unserem schönen Weihnachtsmarkt in Forchheim gemacht. Der ist ja auch immer sehr schön. Jetzt ist leider die Weihnachtszeit schon immer gleich vorbei. Leider kam auch wegen dem wenig winderlichen Wetter so richtig Weihnachtsstimmung kam eigentlich nicht auf. Trotzdem war er schön und ich habe da einen kleinen Film online gestellt und bekam just einen Kommentar aus Singapur. Das ist jetzt der Kommentar mit der größten Entfernung zu Forchheim. Ich versuche mal, mein Kauder, weil ich Englisch, ich lese es mal ab. I don't understand German, but this video was most enjoyable. Also sie schreibt, ich denke ihr habt es verstanden, ich übersetze es trotzdem mal. Ich versuche es mal einfach ins Deutsche zu übersetzen, es ist einfacher. Ja, sie versteht kein Deutsch, aber sie empfand das Video als sehr schön. Also sie hat es genossen. Und sie möchte jetzt in der Adventszeit 2020 den Weihnachtsmarkt in Forchheim besuchen. Das würde mich natürlich total freuen. Und ich denke, Li-El heißt sie, wird diesen Weihnachtsmarkt auch sehr genießen. Ja, mein Mund wird schon wieder trunken. Gut, dass ich heute was hier zum Trinken habe. Mixen wir oder, ja, ich glaube ich mix wieder ein wenig. Dann schmeckt es ein bisschen besser. So hat es zwar dann Kalorien und Zucker ist ja auch nicht so gut, aber da muss man nur ganz wenig reintun für den Sirup, damit es nicht zu süß wird. Jedenfalls kann man die Süße auch dosieren. Die meisten Softgetränke sind ja ohnehin viel zu süß. Und dann kommen wir schon zu den letzten Kommentaren. Der Film ist schon wieder ziemlich lang. Mineralien sammeln Einflug, ein schon relativ alter Film, aber der total gut besucht wird. Ich war eigentlich ganz oder bin ganz überrascht, dass gerade diese beiden Mineralienfilme, die ich bislang online gestellt habe, so total gut ankommen und ankamen. Also das finde ich ganz super und da schreibt mir der Richard Paul aus Linz. Ich wohne in Linz und würde auch gerne Mineralien finden, weil sie möchte gerne auf Mineralien Suche gehen. Weißt du, ob ich in meiner Nähe etwas finden kann? Ja, also ich weiß es jetzt nicht, wo es in Linz in der Nähe Mineralienfundorte gibt, aber dazu gibt es eine Internetseite, die heißt mineralienatlas.de, habe ich entdeckt. Und da ist eine schöne Katte und da kann man dann einfach in der Nähe an die Fundorte anklicken und dann ist da beschrieben, wo und was es da denn gibt. Dann trinke ich nochmal auf euer Wohl. Prost! Ich bedanke mich nochmal für die 2000 Abonnenten. Nächstes großes Ziel ist dann 2500. Das ist immer so eine messbare Größe, ob der Kanal so relativ gut ankommt und ich hoffe, er kommt gut an. Ich freue mich über eure Kommentare, Fragen, Like-its, weitere Kommentare natürlich und in der Kommentarleiste könnt ihr mir auch ein paar Anregungen oder Wünsche reinschreiben, was für Themen wir denn so in nächster Zeit machen könnten. Weil ich will ja die Filme jetzt nicht nur für mich machen, sondern in erster Linie ja für euch, damit das auch einen gewissen Mehrwert dann für uns alle eigentlich hat. Natürlich macht mir jetzt das Drehen und das Filmeschneiden und das Ganze, das bereitet mir total viel Spaß und Freude. Und natürlich, wenn ich auch die entsprechende nette Resonanz kriege. Ja, jetzt ist der Film schon bittertotal lang geworden. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, weil wurde mir ja jetzt auch schon einmal vorgeworfen, auch das Thema, dass ich manchmal so, wenn wir auf Schatzsuche gehen, das eine oder andere schön rechne. Aber das ist ja auch lustig, das macht ja auch immer ein wenig Spaß, wenn man sich gegenseitig auch ein bisschen neckt. Denn wer sich neckt, der liebt sich auch sozusagen. Oder was ich, naja, lassen wir jetzt die ganzen Sprüche sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Marathon. Ja, zum Wetter ist zu sagen, heute ist ja wieder super schön draußen, muss noch mal ein bisschen was unternehmen. Es ist richtig frühlingshaft. Und eigentlich soll ich am Sonntag in einer Woche einen Marathon laufen. Jetzt bin ich so aber absolut völlig untrainiert. Jetzt hoffe ich natürlich schon immer so ganz insgeheim, dass vielleicht das Wetter nicht passt oder sonst irgendwas ist, damit ich mich davor drücken kann. Es ist allerdings ein Krummlauf. Es dreht sich um den Kobolker Wintermarathon. Ich werde da sowieso dann ganz früh am Morgen starten, wenn ich mich auf die Strecke wage. Und werde das Ganze durchmarschieren. Dann gibt es natürlich dazu auch einen Film. Aber warten wir erst mal ab, wie das Wetter ist. Irgendwie meine persönliche Verfassung, ob ich das dann überhaupt backe. Dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Und Prost! Dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Maratomi.